Hi Leute, wenn ihr mich und diesen Kanal unterstützen wollt, geht doch gerne in Fortnite in den Item Shop und gebt unten bei Unterstütz1Creator den Creator Code MeinungenTV ein. Das würde nicht nur mich sehr unterstützen, sondern auch meine Arbeit finanzieren. Das heißt, ich kann mehr Zeit in Videos für euch stecken. Jetzt viel Spaß beim Video. Hi Leute von YouTube, Grüße von Twitch. Schaut doch gerne da vorbei, wenn euch alles interessiert. Ich glaube, heute holen wir uns mal hier hinten die Rage-Schrot vom Tigermann. Auf die habe ich übel Bock, der hat doch eine Rage-Schrot, oder? Wir belasten, wenn nein. Aber wir rüsten uns erstmal ordentlich aus. Letztes Mal, als ich das versucht habe, haben die Bots mich ja weggemacht. Das war dann ein bisschen peinlich. Bin ich ehrlich. Aber ey, easy up laut. Mich gibt die Nase, Leute. Ich war jetzt perfekt, da startet ein Video. Das wird alles drin gelassen, weil ich verdammt schnittfaul bin und keinen Bock habe, um extra Klicks zu machen dafür. Oh, ist jetzt der Zug irgendwo. Ah komm, ohne entschieden, wir machen das nicht, wir gehen zum Zug. Spontane Meinungsänderung. Nee, Meinungsänderung, weil Meinungs-TV ist lustig. Ach komm, ist gar nicht lustig. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ey, diese Pappkartons. Weiß ich nicht, sind golden, aber... ...ich finde sie noch nicht so OP. Da ist doch was super Geiles dabei. Nein, eigentlich nicht. Wir sind Schritte. Ich bin Mr. Measix, sieht mich an. Das war mal sowas von schlecht daneben. Das war schon besser. Ich habe zwar den Zug verloren, aber ich habe auch einen Kill gemacht. Ich bin Mr. Measix, seht mich an. Nehmen wir das Sturmgewehr immer gern, her damit. Ich habe es durchgeladen, nein. Ladies and gentlemen, wir haben einen Kill. Und jeder Kill ist ein Short. Und jeder Short sind... Na gut, letztens habe ich ein Experiment gemacht, wie es ist, wenn ich irgendwie 20 Shorts am Tag hochlade. Das liegt nicht so gut. Aber ansonsten ist jeder Short eigentlich safe, so 2.000 bis 4.000 Aufrufe. Das heißt, jeder Short ist wahre Reichweite. Bringt ja auch eigentlich immer so seine 5 bis 10 Abos pro Short. Heißt, Short ist wichtig. Und ich muss eine Million Shorts im Monat schaffen, damit ich, äh... Bei mir den normalen Videos schaffe ich das garantiert nicht, damit ich den YouTube-Partner-Status wieder bekomme. War ich auf dem Gaming-Kanal? Hatte ich ihn, glaube ich, noch nie. Ich weiß gar nicht, hatte ich ihn auf dem Gaming-Kanal oder auf dem Meinungen-TV-Kanal früher. Hier sind Schritte. Warum flüstern wir jetzt? Okay, ist hier drin. Nein, ist nicht hier drin. Sehr schön. Kiste, aber erst mal eine Munition. Munition ist am wichtigsten. Weil wenn die ausgeht, ist das Kacke. Wenn du schlechte Waffen hast, nicht schlimm. Aber wenn du keine Munition hast, richtig schlimm. Das war ja grandios für mich. Ich hätte einfach reinlaufen sollen. Oh, was haben wir denn da Schönes? Ja gut, ist doch schön jetzt auch nicht, aber das ist ein Upgrade. Bringen die Dinger eigentlich irgendwas im Singleplayer? Ich glaube nicht. Komme ich hier hoch, save mich, oder? Ah. Ah. Nein. Blau. Ich ja auch außenrum. Weil die Waffe hier werden wir gleich irgendwann abstoßen. Die blaue. Die mag ich eh nicht. Können wir sonst was Gescheites ersetzen. Oh, ein Motorrad. Geil. Ich liebe die Dinger. Oh, yeah. Und ein Stunt. Das ist ja sogar noch geiler. Jetzt weiß ich, gegen was ich die tauschen kann. Ich habe ein paar Suns in der Luft gemacht. Wieder jetzt ein paar Gegner suchen. Das ist alles nachgeladen. Gut. Okay, hat hier schon wieder abgeräumt? So, das ist gar nichts zum Abräumen. Ich dachte, hier wäre eine Wetterstation. Mein Fail. Können Munition mitnehmen. Hier ist es mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Heute ist Sonntag, oder? Ja. Ich bekomme morgen Pakete, die ich für meine Reise nach Berlin brauche. Heißt, wir haben heute Sonntag und morgen Montag. Wofür war das jetzt eigentlich wichtig? Ich weiß nicht mehr. Ich hole auf irgendwas hinaus. Ich weiß noch nicht mal was. Mich juckreins. Yeah. Gegners. Kommet. Kommt hier bei der Plantage, rennt immer irgendwelche Gegner rum. Kann mir keiner erzählen. Oh ja, ich habe sogar einen Medaillenträger. Und Gold. Irgendwo hier. Ich hoffe, der Sniper hat mich nicht weg. Das war jetzt belastend. Ach, wo bist du? Ja, ja, ja. Ist hier ein Tresor? Oh, nee. Hat einen Lag. Nicht geil. Ein bisschen Kontrasor, oder? Holt ich da, wo die Werkbank ist? Hey, wäre so geil, äh, Camp... Mich erschrocken. Das wäre jetzt auch kein Unterschied, aber hey. Okay, so kommt man nicht nach unten. Hä, bin ich... Ja, ich bin lost, aber so lost? Da hinten fällt was weg. Und das ist der Medaillenträger. Scheiße. Ich wollte ihn. Ich hole ihn. Bleib hier! Da hinten. Da hinten. Ich sehe ihn. Und Schritte. Sag mal. Hinter mir. Laden. Weiße. Ist das mit deinem Träger? Nein! Ich habe damit nicht mehr auch erkennen können. Ist weitergelaufen. Weiße. Nachladen. Fuck, fuck, fuck. Hier sind irgendwo Schütze. Soll ich abstauben? So ein Dreck. Ja, komm, der mit deinem Träger ist zu weit weg. Ich gehe abstauben. Das ist jetzt sehr unbefriedigend. Hä, was... Was machen die denn da? Fuck, wie viele sind denn hier? Fuck, komm schon. Ich tippe spontan auf Bots. Aber einfach nur, damit mir niemand in die Kommentare schreibt, dass es Bots waren. Ah, Munition passt alles. Ein Spieler. Ich bin ein Bot. Ich nehme alles zurück. Ich bin der Bot. Himmels Willen. Aber ey. Das waren jetzt wie viele Shorts nochmal mehr, die ich machen kann mit Easy Kill. Upload. Vier? Fünf? Ich sehe meine Schüsse. Ja, ich sehe es. Nachladen, nachladen. Ist das nachgeladen? Ich brauche echt meinen größten Bildschirm, glaube ich. Nichts zu gebrauchen dabei. Höchstens halt Schildtränke oder so. Scheiße. Warum schießen die nicht aufeinander? Ist das ein Bot? Das ist ein Bot. Lol. Ja, egal. Lasst ein Like und ein Abo da, Leute. Ciao, ciao.